Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Let's Play Oblivion. Ja, wir haben diese Immerskampe hinter uns. Und wollen mit denen auch dringlichst von diesem Ort hier verschwinden. Mal gucken, wo wir hin müssen. Okay, das sind jetzt da keine Welten, die wir da laufen müssen. Am besten ist, wir gehen direkt hierher. Und dann sind wir hier auch schon los. Hm. Kommen wir hier überhaupt raus oder nur in irgendeine Burg? Mal fragen. Naja, Ratssaal. Ich setze hier eher nach Burg an. Und hier? Ja, okay, hier kommen wir raus. Mal gucken, wo wir so hinkommen. Hier. Es soll ja nicht ganz ohne werden. Laut dem, was wir so gehört haben. Perfekt in einer Reihe. Erstmal das an Oblivion-Tor. Da auch. Okay, wir sollen aber in die Richtung hier. Und ich zücke jetzt schon mal lieber das Schwert. Weil das nicht so aussieht, als würde das hier ganz toll und glimpflich alles ausgehen. Mann, jetzt baue ich gerade so Spannung auf. Also in mir zumindest. Vielleicht kommt das ja sogar rüber. Keine Ahnung, Leute. Ja. Nochmal schnell hier ein paar schöne, geradezu gruselig passende Stimmung. Also die Farbe Blumen aufsammeln und weiterlaufen. Ach ja, ich wollte mal erwähnen. Ich habe... Da ist übrigens so ein fetter Eber. Äh, wir gehen am besten hier her. Ich habe die Erweiterung Cheverian Isles, ich glaube, so ausgesprochen wird, für Oblivion. Und ich weiß nicht, ob... wie das sich damit so verhält oder ob ich das überhaupt machen soll. Naja, ich möchte ja auch noch andere Projekte machen. Wir haben die Höhle gefunden? Ne, wir haben die Höhle gefunden. Okay. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ich will ja auch nicht ewig Oblivion machen. Ich meine, es ist ja ein Spiel. Ja, wenn die Götter ärgern. Ich bin bei der Dunkelgrundhöhle angekommen. Ich sollte hineingehen. Da bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, weil ich weiß ja nicht, wie lange Oblivion noch geht. Ich habe mich mal vorher umgehört in so einem Forum. Manche gaben da eine Spielzeit. Ich bin gerade ein bisschen von diesen Geräuschen hier abgelenkt. Manche gaben eine Spielzeit von zwischen 150 bis 30 Stunden an. Kommt halt immer darauf an, welche Quests man alle macht. Hier gehen wir offensichtlich irgendwie durch. Hmm. Gehen wir doch mal hier rechts, weil es ja hell ist. Was erwartet uns hier, Freunde? Oh, zumindestens mal ein Scum. Du kannst die nach hinten schießen, das ist Cheaten! So, Scumphaut. Die Ende macht uns ja noch nicht so große Probleme hier. Was erweitert uns hier? Außer eine schöne Truhe. Nehmen wir mal alles mit. Wermut, Wermutblätter und Gold. Ein Wermutstropfen. Gut, die haben mich gesehen. Die habe ich auch gesehen. Also geht's in den Kampf. Ja, komm schon. Machen keinen Stress hier. Scumphaut bringt uns hier einiges an Gold. Mann, wieso hauen die immer nach hinten? Das ist unlogisch. Ja, komm. Mach keinen Stress. Kann ich auch. Bringt mir bei den Scumpen halt nichts. Äh, Scumpe. So, wir haben mal einen harten Schlag gemacht. Da kommt auch noch der Dritte. Leichte Wunden heilen, können wir mal ein bisschen machen. Oh Mann, was ist denn hier unten los? Schnellspeichern. Ich habe den Schrein von Sheogorath erreicht. Ich sollte den Altar suchen, um den Stab in dessen Nähe ablegen. Ich habe das Gefühl, ich muss den Stab Immerskampen nicht mehr besitzen. Aua, aua, aua. Ist das hier der Schrein? So. Ja, ich habe keinen Platz. Jetzt. Jetzt. E. Jetzt. Oder muss ich da irgendwie... Nee. Wie kann ich den jetzt ablegen? Da haben wir noch so einen großen Strump. Hier, wir sind jetzt auch nochmal schnell fertig. Na, komm. Da haben wir ein Schild. Oh, schon. Und jetzt können wir dich selbst machen. Na, doch nicht. Hm. Skamphaut. Und wieder heilen. Wieso habe ich gebrannt? Aber hier drin stand. Okay. Ja, wo soll ich den jetzt hier ablegen? Hm. Keine Ahnung. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier hochgehe. Nichts. Nichts. Okay, hilf mal wieder runter. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie wir den hier ablegen. Versuch's einfach nochmal. Dann nehme ich den mal bitte in die Hand. Ich habe den Stab in die Nähe des Altars beim Schrein von Sheogorath abgelegt. Und die Skams, jetzt steht da Skams, scheinen mir mit ihrem neuen Zuhause zufrieden und das Beste von allem. Sie verfolgen mich nicht mehr. Ach so, das Beste von allem, sie verfolgen mich nicht mehr. Ähm, ich sollte mit dieser Neuigkeit zur Rosentia zurückkehren. Ja, wie kehren wir zu ihr zurück am besten? Gibt es hier irgendeinen Schnellausgang? Nee, aber eine Truhe. Mit 20 Gold. Ja. Schadet uns nicht, ne? So, Quest geschafft, würde ich mal sagen. Da oben ist nichts mehr. Ähm, gerade mal hier Zwergenkortschwert anziehen. Anziehen. Heilung. Ja, schön. Was ich dich sucht? Ja, habe ich alles nach der Ordnung gemacht. Ja, unsere Magie reicht nicht aus, um uns weiter zu heilen. Schade auch. Lächerlich, er beeindruckt sich, dass es kam. Wow, wow, komm schon. So, Heilung. Jetzt hierher. Oh, oh. Mann, der soll mal mit seinem blöden Feuer aufhören. Komm, hau gegen Schild. So. Das war jetzt gar nicht mal so. Oh, wir haben keine D-Träger. War jetzt gar nicht mal so, ähm, leicht. Hm. Ja, unsere Magie reicht immer noch nicht aus, um uns weiter zu heilen. Doch, jetzt endlich. Ja, Wiederherstellung verbessert. So was will ich doch mal erleben. Das ist doch schön. Hm. Zehn Minuten schon wieder am Aufnehmen. Hier können wir aber wirklich nicht raus. Ach Gott. Ja, hüpfen wir wieder hoch. So, raus in den Dunkelforst. Und wir machen die Schnellreise. Das geht leichter. Ich will mich nicht anstrengen. So. Ja. Lädt. Langer Ladebildschirm. Der lange Ladebildschirm lädt das Spiel. Okay, mal gucken, ob wir wenigstens diese Quest jetzt abgeben können. Aber schreibt doch mal in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Was haltet ihr denn von Oblivion? Seid gegrüßt. Ich meine, das ist jetzt leider das Problem, dass manche Quests ein bisschen zu schwer waren. Das lag halt an mir. Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Oder vielleicht könnte ich es besser. Ich bin ja nicht der Ultra Pro. Und eine etwas verbuggte Quest. Zumindest nach meiner Ansicht müsste sie verbuggt sein. So, ich drücke jetzt gerade die Taste hier ganz lange. So. Überbringen wir dir mal die schöne Nachricht. Ich sehe keine Skampen. Und auch nicht den Stab. Ja. Der Stab. Hier ist der Ring, wie versprochen. Ich habe ihn vor vielen Jahren in einem Laden in der Kaiserstadt für einen ehemaligen Geliebten gekauft. Er ist mit jemand anders davon gelaufen. Also gehört der Ring nun euch. Der Ladenbesitzer nannte ihn den Ring von Eidolons Ufer. Ich glaube, er wird euch gefallen. Okay. Gerne. Lebt wohl und möget ihr jede Nacht sicher an ein warmes Feuer zurückfinden. Ja. Okay. Gucke ich mir mal den Ring an gleich. Hier sieht man das Schwert gar nicht. Äh. So. Da müsste der sein. Hm. Oh. Ordentlich. Und der Beste macht den. Weil wir können jetzt noch ein paar Ringe aufziehen. Obwohl der uns überhaupt nichts bringt. Aber wieso denn nicht? So. Dann möchte ich nochmal kurz schnell speichern. Und gucken, ob sie sich beschwert, wenn wir irgendwas hier klauen. Was können wir denn klauen? So hilft mir doch einer. Gut. Dann lade ich mal eben schnell den letzten Speicherstand. Wir dürfen also auch bei ihr nichts klauen, obwohl wir jetzt geholfen haben. Okay. Dann hätten wir die Quest abgeschlossen. Gucken wir mal ins obere Stockwerk. Ob wir noch interessante Bücher oder sowas liegen. So. Da komme ich nicht rein. Alles klärchen. So. Ja. Und da haben wir meines Erachtens noch eine schöne Länge für diese Folge. Ja. Haben wir eine Quest erledigt. Ich sag dann mal ciao. Bis zur nächsten Folge. Wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu Let's Play Oblivion. Ciao Leute. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.